Musik Kennst du diese Tage? Fails passieren. Hier musst du dich aber nicht rechtfertigen. Beim Jugendtreffen at home erfährst du von einem fehlerfreundlichen Gott, der echt sein feiert und dein absoluter Absturzcoach ist. Du kannst das Jutre at Home im November gemeinsam mit deinen Freunden kostenlos streamen. Dich erwarten spannende Themen mit unseren Rednern Alisa und Vossi, coolen Künstlern wie Rabea Bollmann, Annika Hofmann, die Tabor-Band Testify und natürlich die O-Bros, die am Samstagabend das Internet abreißen werden. Mehr Infos bekommst du über Instagram oder auf www.jutre-marburg.de Sei dabei, wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.